Hä? Also erstens bin ich Platz 17 im Ranking. Achso, Stats 30D. Hä, der sagt, dass wir nur vier Spiele gespielt haben und dass ich zwei davon gewonnen habe. Wir haben doch bisher alle... Ich hab doch... Du hast mich doch immer gewinnen lassen. Ja. Ich bin jetzt komplett verwirrt, oder? Wir haben doch auf Stats-Boosting-Basis... Hast du mich immer für die Aufnahme gewinnen lassen. Digga, ganz kurz. Also er sagt, dass wir vier Runden gespielt haben und dass ich nur zwei von ihnen viel gewonnen habe. Und ich hab... Ich hab gestörte Betten. Das stimmt gar nicht. Ich hab, glaub ich, mehr als vier Runden auf meinem YouTube überhaupt online. Ja. Ja, du hast null zerstörte Betten, weil du auf dem Account null zerstörte Betten hast. Kann sein, dass die Runden weg sind, weil die Runden mit den Accounts halt mit EPU und mit meinem Main-Gedings waren. Meine Account wurde ja aber trotzdem nicht gebannt. Na gut, und damit herzlich willkommen auf dem bugfreisten Minecraft-Server, auf dem ich jemals gespielt habe. Und inzwischen Ice-Bear auf diesem Rang. Was auch immer Ice-Bear heißt, aber... Habe ich auch noch nicht raus, aber das ist auf jeden Fall ziemlich akkurat. LOL. Pinguin ist trotzdem besser als Ice-Bear. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ice-Bear fressen Pinguine, also Schnauzehäute. Na und? Ice-Bear übernehmen Russland. Hab mir mein Russen-Made erklärt. Und die können besser Englisch als die Russen in Russland. Und da ist definitiv was dran. Ganz kurz zu Beginn der Aufnahme. Folgt mir unbedingt auf meinem Instagram und auf meinem Twitch. Da macht ihr bitte auch die Glocke an natürlich an. Und abonniert mich auch auf YouTube, wenn wir auch da die Glocke anmachen, damit ihr nichts mehr verpasst von mir. Und auf meinem Twitter auch. Das ist allesamt in der Beschreibung verlinkt. Und wenn euch der Stuff gefällt, dann zeigt es mir gerne mit einem Like und teilt den Stuff hier. Ich warte nur darauf, dass Jan sich beschwert, dass ich ihn damals kritisiert habe, dass er immer gesagt hat, teilt den Stuff. Aber Jan, schaut nicht meine Videos. Also falls irgendwer weiß, über wen wir gerade reden und Kontakt zu dem hat, schickt ihm mal gerne das Video hier. Jan, unser Bastard. Nein, ich bin gerade nicht runtergelaufen. Nein, das war nicht unabsichtlich. Lost. Aber weißt du, wo der Unterschied ist, bei dem, wie Jan das damals gemacht hat und bei dem, wie ich das mache? Nee, erzähl. Ich sag das ein, maximal zwei Mal pro Video. Und in dem Video sind bei mir durchschnittlich zwischen anderthalb Stunden und zehn Stunden Arbeit drin. In diesen anderthalb bis zehn Stunden hat Jan, der das im sieben-Minuten-Takt oder so ist, oder im sechs-Minuten-Takt, das ist sogar. Das ist sicher extra ausgerechnet. Tim, das darfst du mir jetzt erklären, wie oft er das schon gesagt hätte. Uff, uff, als ob ich den Hit nehm... It's been a long day without you, my friend. Ich bin so in ein, zwei Random-Gruppen-Chats. Die sind halt auch retarded eigentlich. Halt dein Maul. Die sind immer noch dabei. Wir sind immer noch in der Phase, wo wir das Let's Boosting für mich machen, ne? Oh, fuck. Lost, ich stehe... Ich drehe mich erst mal sieben Runden um. Er dreht sich einfach erst mal dreimal im Kreis und denkt sich so, jo. Digga, ich musste heute nicht viel aufstehen. Hello, darkness, my old friend. Scheißegal. Habe ich mit dem Schwert? Ja, habe ich. Also, chill mal. Die Schwertgröße ist echt nice, muss ich sagen. Schwertgröße, ja, da kriegst du Feeling, ne? Bei der Schwertgröße. Junge. Hier muss es sein, ja, ist schon klar. Mom, was geht? Er hatte schon unseren Discord neu. Kann er sich mal ein bisschen namentlich hier vorstellen? Computer, sag nein. Junge, ich wollte dich gerade splieben. Ja, ich wollte aber gerade nicht gesplieft werden. Uff, Alter. Easy. Jan hat 14 wins. Lol. Hä? Ach so, ich kann noch nicht lesen. So lange steht. 0,1900 KW hat einfach Platz 1. Ja, moin. Er ist halt mega der krasse T-Root. Connection lost. Erstmal Connection lost. Ach, fühle ich. Der Server ist nicht down, oder? Ja, doch, der Server ist down. Ach so, übrigens, wenn wir gerade schon mal auf Gomme sind, ich finde diesen Bug hier echt geil. Ach so. Hey, Leute, wurde gefixt? Welchen? Ah, jetzt nicht. Hä? So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Folgt mir auf Twitch und aktiviert auch da die Glocke, um keine Streams zu verpassen. Folgt mir auf Instagram, da werde ich jetzt etwas aktiver mit ein paar nice Urlaubspicks. Die sind echt ziemlich geil teilweise. Folgt mir auf jeden Fall auch noch auf meinem Twitter, da bekommen wir ein bisschen Stuff aus meinem RealLife-Mits. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare und zeigt es mir mit einem Like auf das Video. Tim, willst du noch was sagen? Hey, wie beöffnet you, me? Was? Ich hatte das eigentlich gedacht mit guten Morgen. Nein, guten Mittag. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis dahin. Ciao. Willst du auch noch tschüss sagen? Nein, wieso sollte ich? Ich sage nur privilegierten Menschen tschüss. Also zum Beispiel mir. Also zum Beispiel Jan. Sorry, bester Witz des Tages.